Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Frohe Weihnachten by the way. Und wir spielen Fortnite und zwar mit einer Challenge. Nur in der Weihnachtsstadt vom Weihnachtsmann zu bleiben. Zusammen mit Face Mathe und Gamer Girl. Leute, wir versuchen es mit einem Trio zu gewinnen heute. Wir haben schon alles taktisch überlegt und alles. Und ja, mit dabei. Bla bla bla, ihr wisst ja. Habe ich doch schon. Okay, okay, alles gut. Scheiß drauf. Okay, einfach Holz farmen. Sag mal, dass ich kurz Dings bin. Dass man hier angeln darf, weil sonst... Ah ja, also Leute, wie ich gerade Mathe gesagt habe, man darf angeln. Also da drüben. Ja, also wir haben schon alles taktisch eingeteilt. Gamer Girl und ich farmen Holz, wie verrückt. Und andere so Medi-Cats und so bla bla. Du bist hier nicht... Du musst da hinten hingehen, Maja, da. Da, wo es markiert. Leute, wir sehen uns, wenn die Zone da ist, dann beginnt auch die Challenge. Let's go. Und Leute, ich würde sagen, die Challenge beginnt ab jetzt. Let's go, Leute. Äh, Maja, Weihnachtsmann hat dir was gedroppt, also ein Geschenk. Mach mal kurz auf. Und wo ist Lagerfeuer? Äh, dort hinten. Warte, egal. Tu mal. Siehst du nicht? Hier? Warte, ich schau gleich. Äh, ja. Drop einfach. Bruder, der Weihnachtsmann tut auch so gönnen, ne? Was ein Typ. Was eine Legende. Scheiße, ich hab' angezündet. Ja, egal. Ich komm gleich auf, ein bisschen, äh, hier zu farmen. Mach' ich nur hier auch mit Fischen jetzt, weil ihr da hinten schillt. Okay, wir fahren weiter. Genau. Ich hab' Verbände. Ja, ich muss mir einen Fisch gehören. Ich fahre noch kurz weiter, dann komm' ich hier zu euch. Ist mir egal. Alles gut. Und dann fahren wir auch mit. Ja, letzter Fisch. Mach' nix. Hatte nix gedacht. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier ist ne Kiste. Leute, Maja ist grad, äh, down gewesen. Wir haben sie schnell gehealt. Äh, wir haben weiterhin gelootet. Ja. Also bis jetzt sieht's ganz okay aus. Ganz chillig. Nochmal? Wie oft willst du noch? Ich glaub, die stirbt die ganze Zeit einem Fallschaden. Ja, glaub' ich auch. Nein, wegen Leben geht's weg. Und ich hab' keine Dinge hier. Das geht nicht so schnell weg. Ich hab' keine Heels. Leute, Maja zum dritten Mal down. Let's go. Weltrekord des Jahres. Weißt du, warum sie down ist? Warum so? Die hat nur 30 Leben. Und dann, wenn die 30 Leben hat, dann, die stirbt direkt, Digga. Warte, ich muss... Die hat kein Heels. Ich muss kurz Ding, Lagerfeuer anmachen. Warte, geh mal weg, Maja. Maja, mach bitte weg. Geh bitte. Geh ganz kurz weg, weg. Danke. Okay, lasst uns kurz alle hier kurz hielen und dann gehen wir wieder in unsere Arbeit. 970 Holz, warte. 224, 999 und 92. Maja, dropp du auch kurz. Okay. Ich hab' das jetzt eingesammelt. Okay, warte, ich geh' weiter los. Weil wir müssen Ding, wir können nicht die ganze Zeit. Wir müssen weiter farmen, weil sonst am Ende... Wer hat meine Schockwennen genommen? Ich hab' niemand. Ja. Ich hab' ehrlich, ich hab' keine Schockwennen genommen, glaub' ich. Scheibe meine Kommissleche. Nein, safety. Die lagen irgendwo. Ich hab' die vergessen aufzuheben, oder? Keine Ahnung wo. Die lagen hier oben, glaub' ich, ja. Weiß' ich nicht. Egal. Ich hoffe, hier ist ne Kiste noch. Hier ist keine Kiste mehr. Habt ihr genug Holz? Wie viel Holz habt ihr? Ich hab' vorerst mal 137... äh, 27. Ich hab' 500. Ja, du hast... Leg die da hin wieder. Ich hab' 218. Ja, ich hab' schon mal ein Gebäude daumen. Ja, ich hab' schon mal ein Gebäude daumen. Hier liegen 60 Holz, hä? Ja, dann nimm, um zu schnell, äh, zum Lagerfeuer zu bringen. Ich hab' jetzt schon Maximum. Okay, ja, warte, ich hol' gleich. Das Haus sieht schlimm aus, Digga. Leute, scheiße, ich bin gleich daumen. Oder ich hab' den ganzen Haus alleine abgebaut. Echt? Echt jetzt? Hier ist ne Legend David Box, aber da kommt egal... Lötz, ich bin gleich daumen. Ja, was sollen wir machen? Ja, ist gut. Was... Ich bin gleich daumen. Und wenn ich daumen bin, dann ist vorbei. Hm, nicht so. Bin noch da. Ja, ich weiß aber... Warte, ich geh' Maya holen. Ich hör kurz Maya. Wussi! Ah, Digga, ich hab' unten ne Anzeige, dass sie unten ist, deswegen bin ich unten gegangen. Ah, komm. Ich bin gleich tot, Bro. Ich kann nicht mehr, mach du. Äh, ich hab' nur noch das hier. Und ein, äh, und einen Fisch und fünf Verbände. Ähm, ja, ich geh' weiter fahren. Warte, ich dropp' das noch, bevor ich geh'. Äh, Maya, du musst nicht die ganze Zeit hier dingen. Du bist fool. Nein, ich geh' nirgends. Ich geh' nirgends mehr hin. Wisst ihr warum? Warum? Sturmkrankheit. Ich hab' sie. Hast du? Ja, mach. Ja, ich mach' die ganze Zeit hin. Ja, ich hab' sie jetzt auch. Stark. Also, ich hab'n Geräus... Ja, egal. Egal, bleibt alle hier, bleibt alle hier. Okay, Maya, komm du auch, schnell, komm, schnell, 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 schnell. Das ist zu wenig, Bro, Holz, Bro. Ich hab' Holz gedroppt. Wir haben genug hier. Ich fahr' noch. Ja, okay. Ich hab' 500 gedroppt. Aber mach' schnell, mach' schnell. Sonst bist du jetzt. Ich wär' mich. Ja, das reicht. Das ist mir egal. Ich verbrenne mich. Nein, wie dumm. Oder aus Lammweili einfach kurz mit Biggi reingönne. Ja. Ey, man kann kleine Fische sammeln. Ja? Nein, nein, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Mit Angeln? Mit Angeln? Wo ist die? Wo ist die? Ich kann nicht alleine. Wo ist die Angeln? Keine Ahnung, irgendwo. Die müssen hier rumliegen. Oh mein Gott, Digga. Ja. Ich geh' weiterfarmen. Ja, ma... Ja, oha, oha. Geht nirgends hin, Digga. Was? Hört mal auf, Alter. Ich hab' Sturmkrankheit. Ihr nicht? Doch, ich hab' auch, Bro. Aber ich... Ich kann noch überleben. Ich nicht. Bei mir zieht das schon lila, Digga. Ja, okay. Jetzt, jetzt macht... Jetzt macht... Echt, äh... Macht jetzt übertrieben schnell. Wir müssen uns abwechseln. Ich hab' auch Sturmkrankheit. Angie, ich fahr' weiter so Fische. Guck jetzt. Digga. Durchwand einfach. Alter. Wer Holz hat, soll mir droppen. Wer Holz hat, soll droppen. Schnell. Holz stoppen. Maja, drop Holz. Danke, 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 danke. Was hast du? Jetzt zieht übelst bei mir. Hä? Hä? Nimm meine Lut, schnell. Die Fische. Ich bin sie einfach so gestorben. Ich hab' keine Ahnung, wie du gestorben bist. Ja, keine Ahnung. Ich bin plötzlich... Ich hatte mehr Leben als ihr. Hö, ich auch. Hey, guck. Maja, mach du weiter. Oh mein Gott. Ich bin... Ich hab's... Ich hab's...